Ich bin ein Jud und ich ein Mosler. Der Christ ist zwischen uns. Von diesen drei Religionen kann doch eine nur die wahre sein. Ein Mann wie du. Bleibt da nicht stehen, wo der Zufall der Geburt ihn hingeworfen oder wenn er bleibt, bleibt er aus Einsicht. Gründen. Wohlan, so teile deiner Einsicht mir dann mit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.